HR 3 Superbobbelche auf großer Weltreise Hallo Leute, ich bin's, euer Superbobbelche. Ich hab grad so'n geiler Urlaub. So'n Superurlaub! Und ich bin so entspannt. Heute melde ich mich nämlich aus China in nem Kloster, wo die Mönche den ganzen Tag nix babbeln dürfen. Meditieren nennen die das. Das ist so geil, das Meditieren. Die Hühner ist das geil! Diese Stille! Die soll einen zur Erleuchtung bringen. Ich glaub, die haben das alle geschafft. Einen leuchtend roten Kopf haben die plötzlich. Und blitzende Aure. Ei, Vater, warum kommen die jetzt da an auf mich zu? In ihre Bademäntel mit den schwarzen Götteln. Ah, jetzt hab ich's verstanden. Ich soll erraten, was die mir da vorfuchten. Warte mal, Vater, Moment, nicht so schnell, nicht so schnell. Brot schneiden, Rasenmehl, nicht so schnell. Nee, auch nicht. Ich rassiere! Mach weiter, Jungs, ich hab's gleich! Hab's gleich! Hab's gleich! Falle lasse! Falle, Fallobst! Ei, sag mal, jetzt wird's aber schwierig. Die blute aus der Uhr und stelle sich tot. Ha! Jetzt hab ich's! Tötend sind! Die meinen Tötend sind! Die wollten mir sagen, wo's die Däsche wohnt! So geile Leute, die Chinesen! Ha! Macht Spaß!